Ich habe nun die Möglichkeit das Mantis X Trainingsystem auch im Livebetrieb auf dem Skistand mal zu testen. Gleich vorneweg, bei diesem System und das ist meine ganz ganz persönliche Meinung, gibt es Höhen und es gibt Tiefen. Ich möchte versuchen so kurz wie möglich die Höhen und die Tiefen und mein Fazit darzulegen von diesem System. Ich finde die Idee klasse. Ich schnalle ein Gerät unten an die Pickerschiene der Waffe oder durch ein zusätzliches Teil unten an das Magazin oder wo auch immer dran und kann somit analysieren, wie mein Schießverhalten, wie meine Grifftechnik, wie meine Abzugstechnik ist. Das ist sehr sehr schön, weil es hilft unwahrscheinlich dabei Fehler beim Schießen zu erkennen und diese dann auch zu beheben. Ein Vorteil wie auch ein Nachteil an dem System ist aber die Abhängigkeit vom Smartphone beziehungsweise von zwei Betriebssystemen Android, iPhone. Ohne diese zwei oder einer dieser beiden Systeme kann ich damit nichts anfangen. Ich musste mir schon ein altes, ausgelutschtes Smartphone mit Android-System von einem meiner Kinder nehmen, das sie selber nicht mehr nutzen, um die App überhaupt installiert zu bekommen. Das liegt daran, weil ich vor Jahren mal gesagt habe, ich möchte ein Windows-Phone haben. Ja, ihr lacht jetzt. Ich hatte eins bis diese Woche. Und das bringt mich zu dem eigentlichen Nachteil an dem System. Wenn ich so ein System tatsächlich zu Trainingszwecken einsetzen möchte, dann fände ich es persönlich richtig, richtig gut und innovativ, wenn neben den Smartphone-Plattformen auch die traditionelle Windows-Plattform unterstützt werden würde. Somit könnte man tatsächlich mit einem Laptop oder mit einem Windows-Tablet, Surface-Tablet, Desktop-PC mit einem entsprechenden Bluetooth-Adapter dieses System in Trainingsstätten installieren und könnte damit tatsächlich auch Analysen bei Profischützen auch oder bei Dienstschützen durchführen. Nicht nur mir ist beim Live-Betrieb mit diesem System eine Sache aufgefallen. Und die empfinde ich persönlich ein bisschen als störend. Ganz automatisch, und ja, das wird eine Disziplinsache sein, eine Erziehungssache, geht der Blick nach jedem Schuss auf das Display. Und das stört. Finde ich unglücklich gelöst. Ich kann auch nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt fünf oder zehn Schuss und gucke dann die einzelne Auswertung durch, weil ich dann einfach nicht weiß, wie war denn der Griff bei welchem Schuss? Was habe ich denn tatsächlich bei welchem Schuss falsch gemacht? Das heißt, ich muss tatsächlich nach jedem Schuss auf das Display von dem Smartphone schauen. Und nun komme ich zum nächsten Thema. Ich muss dieses Smartphone ja irgendwo auch positionieren. Ich hatte das jetzt, das sehe ich gleich in einem kleinen Einspieler, den ich die hier parallel laufen lasse, auf meinen Koffer neben mich gestellt. Mit Kamerakoffer dazu, mit Waffe daneben, weil mit dem Mantis X drauf passt es nicht in meine Holster. Weitere negativen Aspekte, wenn es an der Pickerschiene montiert ist. Ein weiterer Punkt, den ich ein bisschen unglücklich finde, ist die App. Sie ist traditionell auf Englisch. Ja, sie ist zwar auch mitunter auf Deutsch, aber dann auch wieder nicht. Da verschiedene Befehle werden auf Deutsch angezeigt, andere wieder nicht. Die Erklärung habe ich jedenfalls nicht gesehen, dass diese in Deutsch gewesen wären. Gerade dann, wenn es an Fehlerbeschreibungen geht. Bisschen unglücklich ist er also nicht für den internationalen Markt tatsächlich. Taug dich. Man muss also der englischen Sprache mächtig sein. Finde ich ein bisschen schade. Insbesondere, weil in der App selber für die Bedienung teilweise deutsche Wörter auftauchen. Also einer meiner SLG-Mitglieder hatte mir auch berichtet, dass von App zu App sich das ganze Ding irgendwie ändert. Ich konnte es jetzt, sage ich mal, in der Zeit, wo ich es jetzt getestet habe, nicht nachvollziehen. Aber ich vertraue da schon seiner Aussage. Also nicht unbedingt sehr konstant, was die Bedienerfreundlichkeit dieser App betrifft. Mag natürlich auch sein, dass es vielleicht jetzt Unterschiede zwischen IOS und Android gibt. Schwer zu sagen. Ich habe es auf dem Android getestet. Die positiven Seiten dieses Systemen sind tatsächlich die Auswertung. Ich sehe tatsächlich, wie bewege ich mich. Ich bekomme angezeigt, was habe ich denn potenziell falsch gemacht. Also vielleicht die Waffe hochgerissen. Sprich, gegen den Rückstoß versucht zu arbeiten, indem ich vielleicht gemolken habe. Oder was auch immer. Fleisch am Abzug gerissen. Das kriegt man angezeigt, was man so gar nicht tatsächlich mitbekommt. Oder auch nur sehr, sehr schwer von einem Außenstehenden erkannt werden kann. Von daher kriegt das Ding, es hat seine absolute Daseinsberechtigung. Ich finde, das ist ein richtig innovatives und tolles System, das durchaus ausbaufähig ist. Ob ich mir das System selber jetzt für 180 Euro kaufen würde, schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Oder von mir aus auch 170 Euro. Wer es tun will, tut es bitte und teilt mir vielleicht mal eure Erfahrungen mit diesem System mit. Meine persönliche Meinung und damit auch zu meinem Fazit ist eher gespaltener Natur. Ich finde es eine coole Geschichte, das aber noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, wie ich persönlich finde. Aber ich denke mal, es ist empfehlenswert, wer es verwenden will. Auf jeden Fall. Ich finde es, wie gesagt, eine coole Geschichte. Allein schon diese Auswertmöglichkeiten, das habe ich mit Laserpatronen oder ähnliches definitiv in dieser Form nicht. Und das ist meiner Kenntnis nach das einzige System, das ich tatsächlich verwenden kann für das Trockentraining, wie auch für den lebendigen Schuss oder mit CO2-Waffen. Und das bietet mir eigentlich kein anderes System an als Trainingssystem. Grundsätzlich.